Hallo, mein Name ist Milo und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin neu auf YouTube. Ich habe diesen Kanal erstellt, weil ich Lust habe, andere Menschen zu unterhalten. Ich finde mich selber sehr kreativ und will mal neue Sachen ausprobieren. Ich werde demnächst verschiedene YouTube-Videos hochladen und versuchen, euch damit zu unterhalten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für einen Content wird es auf diesem Kanal geben? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe viele Interessen und kann mich kaum entscheiden. Ich werde erst alles ausprobieren und gucken, was mir auch am meisten gefällt und vor allem, was euch am meisten gefällt. Und mich dann in diese Richtung begeben. Es kann alles mit dabei sein. Gaming, Sport, Tanzen, Musik, Memes und andere lustige Videos oder komplett verrückte Videos. Seid gespannt. Ich habe zwar kein richtiges Mikrofon oder keine richtige Kamera, aber ich hoffe, das passt trotzdem erstmal und dass ich in demnächst auch mal mein Equipment upgraden kann. Ich würde hiermit sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag und es wäre schön, wenn ihr mich auf diesem Weg begleiten würdet. Wiederschaut. Gleich auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.